Wirklich, Leute? Alter, die hier rumpackt. Ja, am Boden, ey. Breakdance. Oh, Leute. Oh. Ist das Never Ending Story hier oder was? Ich geh einfach mal vor, ja, das wär zu allem hier, ey. Nein! Oh! Oh! Oh, von hinten! Oh! Nein! Gaaaaat! Ist der mit Verarschen?! oh fuck 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 oh 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 still hoppa los jünger ach halte die Backen hier noch mal runter sein sterb mich mann oh 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 halt dich fest Mädel nein halt nicht ey streng dich jetzt hier mal an die muss ohne Hornhaut an den Flossen haben äh äh umschalten nein falsch jeeha ähm wow fuck falsche Taster äh äh mach mal das ganze halt nochmal aua nein was drück doch äh summer summer time du 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 jaaa ja sooo jetzt drücken wir ja so ich hatte nur noch fünf Schuss ja hallo ach jaaa sooo äh ja super haha ok wo geht's weiter da lang müssen wir ähm ok wo geht's weiter hier ist die Sackgasse ah ne ok sind's sind's to be ist aber doch nicht so ein Lager ein Lager ja geschafft wow unten am Wasser genau haben wir es geschafft zack sooo wie kommt das Auto hier runter hm wer versucht das Auto zu starten hab ich denn hab ich denn keine Munition mehr ah irgendwie das falsche Auto oh ein riesen Schiff hier Kanona ja ok gibt's noch was zu sehen Munition something else ah das Bermuda-Dreieck yeah alle Schiffe oh Schweine Schweinchen ein Lager das hat man letztlich gesucht ok ähm modifizierung Maschine wird zu Sturm geworfen wer weiß Pumpgun wer weiß shut the fuck up man ey ein ja 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 geben wir uns blablabla blablabla ein genau die ja ich ja stopp dein blablabla keine Ahnung was mach ich denn hier ich will auf das obere hier klicken schnellreisen da will ich drauf klicken warum macht denn das ich will nicht schnellreisen ich will nicht schnellreisen wo soll ich denn bitte hinreisen ich will Fertigkeitspunkte verteilen oh god so überlegen Instinct Jäger Upgrade ähm Kampf Upgrade schmutzige Tricks werfen sie Feinde Stein und Dreck ins Gesicht bla 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 was ist das hier ähm tödlich Nieb aaa hier machen wir das hier ein bisschen was Nahkampf mäßig das ist schon nicht schlecht jäger das machen wir eh nicht äh kann man nichts machen das interessiert eigentlich nicht wirklich das klingt gut mal hier Kletter äh Gewandtheit verbessern die Kletterkünste um sich schnell davor zu bewegen und Sturmschäden äh Sturm hä insbesondere Sturzschäden zu vermeiden äh schärf in der Sinne oder ahne Sturzschäden das klingt gut da wir eh oft stürzen hier und so äh nein ich hab noch ein Wettungspack äh egal oder? jajaja so äh schelten die Final Fantasy aus ja das nehmen wir gemeistert so später mehr jetzt haben wir's alle gemacht hier zack so weiter geht's im Programm aber ne Sekunde bitte so musst du ganz kurz mal SMS schreiben hoho jaja da da geht's weiter hola Campaneros Sam I'm here Laura hm hehehehe Alex will be sorry you missed out on this ja where is Alex? uh heading over to the Endurance grab some tools for Reyes Jonah give the Hoist a try this has got to be our best chance right? we've got to try I'm glad you decided to join us, Lara what can I do to help? help Jonah we have to go to Bosnian land, huh? shit god we'd be able to lift a moss smoothly with some kind of block and tackle you're right you're right we should be able to fashion one from some pullies there might be someone that rigging we can use I'll check it out be careful, Lara further reach us to Galeone Galeone okay vop woppa So, warte mal. Hier ist ja bestimmt auch was. Was? Was, was brunnen die da hinten? Nein! Toll. Jetzt bin ich im Wasser hier, oder was ist los? Komm mal da. Lalalalala. Scheint nicht tief zu sein. Was war das hinterher noch für ne Übersetzung unten? Wie scheiße, bla bla bla. Alles ok? Oh, das sieht zu big. Na gut. Auf ein neues. Journey mode, hopp. Ähm, ja. War aber richtig hier. Hoch, hoch, hoch. Okay, gehst du da ran. Hopp. Ah, dadadadadam. Zack. So. Hier angekommen, geht's da weiter. Immer diese Kletterpartie. Hoppa. Gott. Was? Nein. Wer blabbert in der, wer war, ach da. Schnauze. Wo kommt ihr jetzt her auf einmal? E-Anzünden, also. E-Anzünden, also. Zack. Ah. Sag mal. Jedes Mal zerreißt du mich hier auf dem Desktop. Ich hoffe, die Aufnahme ist okay an der Stelle, weil ich auf dem zweiten Monat mit dabei war. Ups. Zack. So. Wir machen das Licht an, ja. Ups. Ah, um die Ecke. Ja, genau. Mit der Fackel in der Hand. Ne, hoch da. Mach doch mal die Fackel weg hier. Wow. Ups. Hi. Tut mir sorry. Na ja. Oh, really? Na, komm runter. Halt die Backen. Shut the fuck up, man. Das war die Fackel eben. Ganz genau. Die hat mich ein bisschen irritiert und so. Oh, sieht das geil aus hin. Na, hoch bitte. Ja, genau. Moosbedecktes Holz. Und keine Ahnung. Und, und. Wasser glitschig und die handelt hier rum wie ne, weiß ich nicht. So, jetzt sind wir hier. Wo wollen wir hin? Wir sind hier. Oder? Wo wollen wir denn jetzt hin eigentlich? Wir wollten auf die... Galeone. Galeone. Hier. Hä? Hä? Ich weiß zwar nicht, was ich hier will, aber uff. Was? Ja, wo? Ja, was? Wo nach suche ich? Helft mir mal einer hier? Was geht denn? Hallo? Galionsfigur unter mir. Brauche ich davon was? Oh Gott. Gibt es hier auch wie eine Info nochmal? Nehmen Sie den... Ja. Nehmen Sie den Flaschenzug an sich. Genau. Wo ist der bitte? Ich drücke hier einfach mal. Aha. Genau. Wir nehmen uns den Flaschenzug. Der jetzt... Was? Ups. Jetzt wo? Alter! Zieht ja nicht so rum. Wow. Da! Vom Anker. Oder? Oder? Oh Gott. Oh Gott, Mädel. Nichts kann sie. Einfach gar nichts kann sie. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Alter, wirklich?